So, hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 days to die Bojok So, wie ihr ja in der letzten Folge gesehen habt, wir haben zwei Helikopter, wir haben endlich unseren Erdbohrer, halleluja und sind jetzt auf dem Weg zum Händler Oh krass, hier guckt euch das an, was ist das hier? Hier, hier ist es normal, was ist das denn? Warum ist hier normal und hier so hell? Äh, okay Verstehe ich nicht Weiß mal, haben wir Licht an? Ne, Licht haben wir aus Ja, jetzt verschwindet das immer mehr Warum auch immer, es wird extrem hoch skaliert Also die Gamma-Werte hier in der Map Zu Das interessiert uns jetzt aber nicht, wir wollen zum Händler Der nächste befindet sich hier Dann fahren wir doch mal gleich hin Wie rum müssen wir denn? Ja, das ist er Und Vollgas voraus Natürlich als allererstes suchen wir hier nach Munition Wir werden uns auch überraschen lassen, was er vielleicht für Lernbücher hat Und nach dem Händlerbesuch Wir haben Tag 11 Oder wenn wir vom Händler zurückkehren, werden wir ein bisschen graben Und werden dann auch anfangen hier die Quests oben Äh, die Klassenquests auch weiter fortzuführen Dass wir an unsere Automaten kommen Dann reicht es, brauchen wir nicht mehr unbedingt zum Händler zu fahren Sondern haben wir unsere Händler direkt vor Ort Höchstens natürlich um zu verkaufen Ist ja klar Aber Ha Ich bin einfach happy Also wirklich Ich bin immer noch in derselben Aufnahmesheften Wie eben Also wie bei den letzten zwei Folgen Und Ha Das war einfach Hammer So Dann zeig mir mal, was du hast Und dann werden wir einfach mal Alles der Reihe nach hier verkaufen Zicke, zicke Ja, wir bekommen auch gerade einiges an Geld Oh, davon haben wir sogar noch zwei über gehabt So So Dann hätten wir das schon mal Ja, wunderbar Frohflindenpatron Werden wir natürlich direkt alles aufkaufen Die Geschossspitzen nehmen wir direkt auch mit Dann können wir uns noch mehr Munition herstellen So Die siebener Munition Wir nehmen alles mit hier Alles, was an Munition geht Außer das So Wir werden aber jetzt auch mal ein bisschen Betonmischung mitnehmen Damit wir auch schneller bauen können Ha Ich bin wirklich happy Läuft wie am Schnürchen Gut Nach dem Reinfall der letzten Horgel Sollte es auch ein Must-Have sein Äh, was war das jetzt? Achso, okay Klebebänder Ne, komm Das lohnt nicht Da können wir lieber auf jeden Fall dann Oha, 180.000 Das heißt 18.000 im Verkauf Wir können aber auch Das hätte ich eigentlich eh machen können Wir hätten den Skill des Henters, äh, erweitern können Dass wir eben natürlich auch Äh, mehr Geld, äh, bekommen beim Verkauf Und weniger Geld bezahlen beim Einkauf Aha Zeitzünder So Dann haben wir das Dann sind wir mit dem fertig Hier sind die leider Natürlich auch nicht Gelootet Darf ich dein Inventar sehen? Natürlich So, verkaufen wir die drei Teile auch nochmal Dann ist der Verkauf auch vollendet Aber wir können mal generell gucken Wie viele Skillpunkte wir haben Sieben Stück Dann können wir doch den Henter Komm, den machen wir jetzt hoch Erstens Für den Secret Loot Staff Und zweitens Natürlich jetzt für den Verkauf nicht mehr geeignet Aber eben auch, ähm Für den Einkauf Für bessere Preise auf jeden Fall Patronenhülsen Würde ich immer empfehlen zu kaufen Weil Messing ist natürlich das Mancum Non Plus Ultra Das heißt, äh Patronenhülsen Ist das Beste, was wir dann kaufen können Frauenfeder Würde ich auch kaufen Weil die für den Preis Auch sehr, sehr günstig sind Die werden wir natürlich kaufen Die werden wir natürlich kaufen Und Halleluja Die kaufen wir auch Ja, das hat sich Also der Einkauf hier Hat sich schon tierisch gelohnt Ist natürlich ein bisschen overpowered Wegen der ganzen Munition Aber die Henter gehören eben zum Spiel dazu Und wir waren ja auch fleißig looten Darf man ja auch nicht vergessen Den werde ich mir noch einmal kaufen Und zwar für den Erdbohrer Damit der nochmal mehr Haltbarkeit bekommt Werde ich euch gleich einmal demonstrieren Stahlband Schienen Oh Gott, wir haben schon zu Hier seht ihr Zur Not hätten wir hier auch nochmal einen Erdbohrer kaufen können M60 Maschinengewehr haben wir Ähm, Rocktruck Okay Ödlandschätze, Türknäufe, okay Hi nun, Ziel und Reichweite Ja okay, haben wir ja nicht Ja, kaufen jetzt auch nicht Wir wissen Naja Wollen wir die Magazingröße kaufen? Auf jeden Fall kaufen Wenn wir die jetzt kaufen würden Hätten wir Echt nur noch wenig Geld Daher Wir gucken mal was Ähm Der andere Henter noch zu bieten hat Ich glaube nach dem sind wir auch komplett pleite Genau So als Tipp nochmal am Rande Vielleicht die meisten wissen es bestimmt schon Aber um Messing natürlich zu bekommen Könntet ihr auch die Jettons in die Schmiede schmeißen Da bekommt ihr dann auch Messing raus Ne Wenn ihr mal wirklich so extrem Messing-Not habt Macht das Weil später habt ihr so viele Jettons Äh Da habe ich das eigentlich permanent dann gemacht Hm Also ich bin noch auf die ganzen Fahrzeuge so gespannt Ja Schießpulver Ja Panzerbrechende Munition Äh Nein Reicht vom Geld her nicht Dann machen wir mal 40 Klappt das? Oh Der schreibt gar nicht Oh Wahrscheinlich die falsche Tasse aktiviert gehabt Ne So Jetzt aber So zack Jetzt haben wir auch pleite Und können auch schon direkt Losgraben So Eisen brauchen wir auf jeden Fall Wir brauchen auch einen Haufen an Nitratpulver Damit wir Schießpulver Herstellen können Ähm Eisen, Nitratpulver Und natürlich auch Benzin Damit wir die Orga und unsere Gefährten auch natürlich schön benutzen können Hier haben wir Blei Und Benzin Also hier Ölspiefer Oh Kommt Ich bin so happy Wir machen mal Erstmal die Modvergrößerung verändern Ach das ist eine Artilienrolle dafür Ach nein Okay Ah schade Ich dachte das wäre die fertige Macht So Und den werde ich mal versuchen zu knübbeln Oh Hat der aber eine Reichweite mit seiner Schaufel ne Oh Oh Was ist Oha Was ist denn da passiert Er hat mich umgehauen Also nicht nur getötet Wir sind glaube ich am A der Welt oder Ach verdammte Scheiße Kommt das war so ein bisschen gemein ne Das war wirklich sehr gemein finde ich sogar Oh Und da hinten Da hinten Da hinten Hier Da Ja da hinterm Kreuz ist es versteckt Och wie gemein Zuerst dachte ich schon beim ersten Mal Dass ich mich mit zwei Fliegen getötet habe Dachte Oh Gott was ist das denn Aber dass er mich so umhauen kann Das habe ich bis jetzt noch nie erlebt Boah ist das mies Komm ich lasse meine Aggression jetzt an dir aus Ach du bist ja so klein Homerun Das rennst du hier rum So Aggressionsbewältigung Blöde 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 Ja 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 Aber dann looten wir hier noch ein bisschen zwischendurch Natürlich Ne Wir haben natürlich auch nichts zu trinken dabei Ah Bäm Ja der Bassboxfläger ist extrem geil Ne Fühlst du auch? Ah ja Wir sind ja aus der Puste Aber so viel Schaden macht er ja nicht Ich dachte ich hätte da was gehört Ah wie ärgerlich Das wäre ich ein stumpfer Tod Ah wo ist hier der Freiheits Da kriecht er Na sag mal Oh krass Guck mal Ist mir gar nicht so aufgefallen Oben beim Kompass Der neue Hubsrauber Wird ja echt geil dargestellt Also Hammer Bäm Natürlich ist das Bein jetzt fast daucht Aber kein Ding Ah Mein Arm juckt Oh ne Arschloch Du warst es zwar nicht Dein Kollege Aber Ah Eisenbrecher Schade Wäre natürlich geil Wenn es jetzt auch noch die Mod ist Die wir Die uns noch fehlt Mit den Steinen Aber das wird auch noch kommen So Wir haben jetzt hier einen Fuss Hier haben wir noch 15 Ja plus 10 Das reicht vollkommen Sollte nochmal so ein Vieh kommen Ach wie blöde einfach Und hier unten haben wir Eisen Das ist sehr gut Dann brauchen wir gar nicht mal so weit Hier haben wir Eisen und Blei Das ist mal sehr sehr schön Wenn wir jetzt hier auch noch Nitrat und Benzin hätten Wäre es ja perfekt eigentlich Direkt hier bei der Base Also Eisen werden wir hier direkt an der Base fahren Das ist ja perfekt Haben hier direkt 3-4 Spots Oh immer diese Küken Also ist echt Das ist wirklich schwarze Hummer Und ich glaube das müsse auch Nitratpulver sein Nitratpulver ist auch hier Sehr schön Darum brauchen wir gar nicht mal so weit von der Base wegzugehen Na genießt ihr die Stelle Oh Gott Ich werde mir jetzt angewöhnen Wenn wir keine Lootour machen Werde ich das Minibike In meinen Gürtel aufnehmen Das heißt wenn ich sterbe Kann ich direkt hineiern Wenn ich wieder so weit spawnen sollte Ist ja grausam Aber hey Guck mal Ist das nicht einer der Airdrops Die wir nicht gefunden haben Seht ihr Es hat auch was Positives Mehr Glück als Verstand Gib mir die Sachen Und es ist Mit dem Erdbohrer Ja ne ist klar Ich finde mich so ein bisschen veräppelt Jetzt wo wir einen Erdbohrer haben Da kommt hier beim Händler Ein Erdbohrer Da ein Erdbohrer Hier ein Erdbohrer Heftig Ist schon ein bisschen Ach pfff Ja aber lieber haben als vermissen Oder müssen wir hier wieder runter Jetzt aber nicht das Bein brechen Wir müssen ja auch gleich endlich da sein So Jetzt aber Hey was geht ab Alles cool Scheißvieh Warum haben die eigentlich zwei Lebensbalken Wahrscheinlich auch einen Bug So den brauche ich nicht Die Federn brauche ich nicht Das brauche ich nicht Hier komm Die kann ich auch zerlegen Und wir müssen jetzt eigentlich gleich da sein Es wird auch gleich Nacht Wir werden hier also gleich nur ein bisschen Benzin holen Also ein bisschen ist gut Also einiges am Benzin holen Und dann auch Oh ne da ist er Natürlich dass der Vogel da jetzt noch steht Und gleich ist es auch noch Nacht Ich sehe jetzt nichts Das ist das Minion Und dann werden wir ganz schnell nachladen Weil er jetzt gleich sprinten kann Perfekt ist keine zwei Sekunden später sein dürfen Stimmt ein Hund Genau My dirty bike ist hier vorne Oha das ist ja wirklich dunkel Ja das Senden ist ein Hund So dann lasst uns mal gucken Wo wir jetzt hier eben Benzin finden Hier ist Eisen Was ist das hier Ich erkenne es nicht Ich stärke mal ab und guck mal eben Ah hier Ja das ist auch schon mal etwas Schönes Oh in mehreren Formen sogar Dann werde ich erstmal die Oberflächendinger hier weg machen Und dann gehen wir in die Tiefe Ich habe immer so ein bisschen Paras Dass das Vieh da auf Hunger kommt Gut das wollte ich eigentlich nicht Wie schön wenn so ein Plan auch klappt Ja Nochmal vielleicht Oh ne das gibt es auch nicht Komm dann gehen wir jetzt hier auch in die Tiefe Ah 53 sollten reisen So dann sammeln wir zugleich mal In viel viel Erde Und eigentlich Oh hier Oh 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 Stimmt die Dinger können echt äh Töglich sein Deswegen unbedingt vorsichtig sein Aber hier müsste doch eigentlich jetzt äh Ah hier Hier ist es doch Wir haben mal drum herum noch ein bisschen einen Fall So Dann können wir hier auch Jetzt loslegen Natürlich Prisen Die Erfahrungspunkte auch einfach so rein Das ist auch sehr sehr schön zu sehen Ach das ist so wunderbar Ach das ist so wunderbar Ach nur eine Bam Lass mich in Ruhe Ah deswegen wollte ich ein Erdbauch haben Das ist so gemütlich Und das gute ist auch die haben echt in der Maut hier die Geräusche weggelassen Also nach einer gewissen Zeit natürlich Aber das ist einfach Hammer Oh shit Ich wollte gerade sagen Treff Dass wir jetzt ja noch zum folgenden Ende hier wieder sterben So und weiter geht's Oh Gott wie viele denn noch Hallo Wenn dann komm bitte jetzt Hallo Entschuldige der Nachbar Ich muss mal ein bisschen out werden Ja gut dann nicht Haben wir was für ein Hall Ah nö Das klang eher so Komm wir machen jetzt mal eben kurz einen Durchgang nach oben Wow Ich wusste es doch In dem Moment kommt er ne Ach so Ach so Oh Die kennen wir doch Von der Hortennacht Oh ja Die gibt auch echt einiges an Hier aber hält auch echt gut was aus Hm Was auch immer das Ding da ist So Wie viel haben wir denn schon Ähm 6000 Oh viel ist das ja noch nicht Dann machen wir mal eben hier noch ein bisschen weiter Brauchen wir auch noch Oh Das Tabee Das Tabee Ich werde mal Eben auch das Bett hier hinlegen Weil es jetzt ein bisschen Zu knapp wird mit dem Leben hier So Und es geht wieder runter Wir brauchen ja auch noch hier ein bisschen Ähm Leben Boden Oh 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 Kein Ernst Das war jetzt wahrscheinlich hier dieses Damit die Ressourcensteine Wiederkommen Diese ganz kleinen Dinger mit 20.000 Halbbarkeit Das habe ich schon mal in einem anderen Stream gesehen Fangen sie dir auf den Kopf, bist du Tod Aber zum Glück haben wir kurz vorher das Bett dahin gesetzt Also auch wieder ein perfektes Timing Aber es reicht Jetzt auch mal mit dem Sterben So Und alles aufnehmen Nebenbei gucke ich mal Wie lange wir schon aufnehmen Ja 23, doch doch Da können wir noch ein bisschen mehr aufnehmen Wir wollen mehr Benzin produzieren Damit wir erstmal Nicht mehr Daran denken müssen Und wir wollen natürlich auch hier Ein bisschen Lehmerde mitnehmen Auch für die Quest Und damit ist sie auch schon erledigt Ach es regnet So Eisen sammeln Roheisen sammeln Geschmiedetes Eisen sammeln Klebeband und Leder Ja doch Das können wir Dieses Roheisen müssen wir halt dann aus den Ressourcendingern holen Wow Ja die Wüste ist echt nicht stabil Mal gucken Dann kommen wir alle hierher Wir sammeln natürlich alles mit auf Den nehmen wir auch nochmal mit Ich würde sagen so 10.000 Ölschäfer und dann langt das Aber wie lange so ein Tunkate ne Ist ja echt der Wahnsinn Ach ja komm das reicht 10.000 Ölschäfer reicht alle Male Dann können wir auch schon wieder weiter Können das ja einmal als Benzin 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 Jetzt komme ich nicht auf das Wort Ölader So Und dann Oh ja hier haben wir auch schon direkt Eisen Wunderbar So die machen wir jetzt aber direkt kaputt Bevor mir das Bild auf dem Kopf schlägt Dann machen wir hier ein bisschen breiter alles Nicht nur dass wir die Ressourcen haben Sondern auch dass mir gleich nichts hier wieder auf dem Kopf fällt Habe ich gerade nichts haben die gehört Hm Doch ich hör was Na wo ist der Rest Doch da kommt der langsam Wüsste doch ich hör was Oh noch einer Könnt ja nicht alle auf einmal kommen Ist ja ein bisschen nervig hier Tod Tod Uh Sieht aber nicht mal ganz so gesund aus da unten Sollte es mal zum Frauenarzt gehen Noch ein Oh komm jetzt gehe ich hoch hier So noch jemand dann bitte jetzt oder gar nicht Gut Kann ich jetzt hier mal weitermachen Natürlich nehmen wir den Sand mit Den brauchen wir natürlich auch um unseren Beton herzustellen Oh hier haben wir wieder Benzin In einem Übergang In einem Übergang So bevor mir das gleich hier auf dem Kopf fällt Oh hier bricht jetzt gerade alles zusammen Ja ich weiß das ist jetzt gerade nicht ganz so spannend für euch Wenn ihr der Meinung seid Man sollte das lieber offline machen oder so Dann sagt einmal kurz Bescheid Oh jetzt sind wir eh out of Benzin Dann sagt einmal so in den Kommentaren Bescheid Dann gucke ich mal welche Mehrheit für was ist Und dann werde ich das dementsprechend dann so machen So dass solche Dinge dann eher offline passieren Und nicht hier während der Sendezeit Ja dann geht es mal wieder nach Hause Oh das war doch mal ein geiler Stunt ne Und da ist es auch schon So Alles safe Eisen 3000 Eisen Das haben wir noch Ich gucke mal kurz Ich glaube wir sind auch schon fast am Ende der Folge Genau Dann würde ich mal sagen Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen Auch wenn die Folge eher mit dem Farm zu tun hatte Aber das gehört leider auch zum Spiel Wie gesagt Nutzt die Kommentarfunktion Wenn es euch gefallen hat Lasst gerne einen Daumen nach oben Und wenn ihr noch kein Abo Bei mir habt Dann abonniert mich sehr gerne Und es würde mich sehr freuen Euch wieder zu sehen in der nächsten Folge Macht's gut